Alles beginnt in einer Nacht im Januar in der Altstadt von Delhi. In dieser Nacht kommt Avtap zur Welt, der Junge, den sich Jahanara und ihr Mann seit sechs Jahren gewünscht haben. Doch etwas ist anders an ihm. Sie erforschte seinen winzigen Körper. Augen, Nase, Kopf, Nacken, Achseln, Finger, Zehen. Gemächlich, mit größtem Vergnügen. Und da entdeckte sie, versteckt hinter dem Jungen, zweifelsfrei, ein kleines, nicht vollentwickeltes, aber doch ein Mädchen. Davon, dass er ein Außenseiter ist, bekommt Avtap dank Jahanaras Liebe nichts mit. Bis er eines Tages eine Frau sieht, die geschminkt und hübsch gekleidet durch die Straße tänzelt. Avtap will nur eins, wie sie sein. Er wollte eine Hand mit lackierten Nägeln und ein Handgelenk voller Armreifen ausstrecken und vorsichtig die Kiemen eines Fisches anheben, um nachzusehen, wie frisch er war, bevor er den Preis herunterhandelte. Sein Platz findet Avtap, der sich nun Anjum nennt, in einer kleinen Gemeinschaft von Hijas, also Frauen, die wie er im falschen Körper geboren wurden. Weißt du, warum Gott Hijas erschaffen hat? Nein, warum? Es war ein Experiment. Er beschloss, etwas zu erschaffen, ein Lebewesen, das erwiesenermaßen unfähig ist, glücklich zu sein. Also erschuf er uns. Einige zunächst glückliche Jahre vergehen, bis Anjum eines Tages Schreckliches mit ansehen muss. Traumatisiert zieht sie sich auf einem alten Friedhof zurück, der über die Zeit zu einem Ort auch für andere Heimatlose wird. Unter ihnen ein neugeborenes Mädchen. In einem Augenblick war sie nicht da und im nächsten lag sie auf dem asphaltierten Gehweg in einer Wiege aus Abfall. Silbernes Zigarettenpapier, ein paar Plastiktüten und leere Ankelchipstüten. Sie lag in einer Pfütze aus Licht, unter einer Säule schwärmender, neonbeleuchteter Moskitos, nackt. Eine bewegende Geschichte über Außenseiter am Rande der Gesellschaft und auch über das Glück. Manchmal provokant und laut und gleichzeitig eine Liebeserklärung an das Leben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017